Wir frauen aus 15 Ländern, so wie Indien, fast 200 Frauen, die hier in Bangalore zusammengekommen sind, um auf unserem ersten internationalen, politischen Webinar gemeinsam über Frauen und Frauen zu diskutieren. Ich möchte mich hafetvoll und ganz lieb grüßen. Liebe Monika, wir sind sehr enthört, was du heute vorgelegt stehst, weil du auf einer Solidaritätsaktion mit dem Widerstand in Jojava eine Fahne der Frauenverteidigungseinheiten getragen hast. Diese Fahne repräsentiert nicht nur die Frauenverteidigungseinheiten, sondern den globalen, den universellen Kampf der Frauen und Freiheit. Und deshalb sind wir enthört, wir möchten uns natürlich auch ausdrücken und wir möchten hier zu ausdrücken, dass wir alle hinter dich stehen, dass wir alle hinter der Form entstehen, dass wir die Fahne gemeinsam für Hochbeidigung, für internationale Solidarität, für unseren gemeinsamen Kampf der Frauen und Freiheit und Selbstberechtigung. Wir grüßen dich ganz lieb, heute sind wir alle, alle Frauen, die in Marathon zusammenkommen, mit dir, gefühlen mit dir und wir unterstützen dich. Fühlen Sie, wir wollen 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 Sie.